servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal wir legen heute los mit weekly reset also dem format wo wir uns angucken was ihr in dieser woche in world of warcraft alles tun könnt welche events anstehen und welche dinge ihr erledigen solltet wenn ihr auf maximale belohnung und optimierung aus seid wir haben diese woche einen neuen world boss wir haben ein komplett neues world event wofür es eine ganz nette belohnung gibt wir haben das braufest welches nicht mehr so lange läuft und 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 es ist also relativ viel dabei und ich würde sagen wir starten einfach rein in die ganze geschichte wenn ihr mich supporten wollt sehr gerne den kanal abonnieren ihr ermöglicht mir dass ich das ganze hier neben meiner arbeit überhaupt machen kann vielen dank dafür und ich würde sagen let's go kurz nach einer botschaft noch von meinem partner holy holy energy ist die alternative zu herkömmlichen energy drinks ohne zucker ohne künstlichen bullshit in zahlreichen leckeren geschmacks sorten ist holy energy die perfekte alternative für euch wenn ihr energie braucht aber auf zucker kalorien ein koffein crash und so weiter und so fort verzichten wollt zubereitung ist ganz einfach wasser in den shaker gerne ein paar eiswürfel dazu pulver drauf einfach mal kurz schütteln und fertig ist euer leckerer energy drink für unterwegs wenn ihr aber sagt ich möchte nicht zu viel koffein zu mir nehmen dann hat holy auch eistee im sortiment gibt es ebenfalls in zahlreichen leckeren geschmackssorten und das beste sowohl das energy drink als auch den eistee gibt es in probierpäckchen also checkt die links in der video beschreibung und meine codes da könnt ihr noch mal ordentlich was sparen und ich wünsche euch ganz viel spaß mit holy so und damit rein in die gute stube ähm erstmal fangen wir fangen wir mit weekly quests an haben wir natürlich wieder ähm die berufsquests also wir haben für sammelberufe weekly quests da sag ich ja auch immer ähm ihr müsst diese geschichten nicht selber farmen sondern es reicht oder theoretisch könnt ihr die dinger auch einfach im auktionshaus kaufen und damit die quest abschließen auch für die herstellenden berufe gibt es natürlich eine weekly quest ähm für jede dieser weeklys bekommt ihr dann ähm verarbeitungswissen also was euch hilft dann euren beruf ein bisschen weiter zu pushen und in dem fall dann für die crafting berufe müsst ihr handwerksaufträge abschließen da aber ähm ja eigentlich ganz gut könnt ihr mittlerweile relativ easy diese ähm kundenaufträge hier abschließen wenn man denn die materialien dazu hätte anders als ich und ähm in dem fall blizzard das hatte ich ja letzte woche schon in dem video erzählt hat ein gutes stück was geändert die aufträge sind teilweise nicht mehr ganz so teuer wie sie es mal waren ähm das ist ziemlich ziemlich gut die npcs geben mitunter jetzt mehr ressourcen dazu und das heißt für euch soll jetzt schließen wir schließen den jetzt noch einfach ab so zack ballern ein bisschen konzentration mit rein dass wir das garantiert auch auf der stufe abschließen können die der dude haben will und damit sind wir auch schon mit der weekly quest fertig also vorher war das in dragonflight ein teilweise leidiges thema wenn ihr nämlich keine artwerksaufträge bekommen habt musstet ihr euch mit twings beispielsweise welche schicken ähm da seht ihr ja jetzt mit dem ganzen gedönse geht das wesentlich einfacher und teilweise die belohnungen die man bekommt wenn man diese weekly quests abschließt sind mitunter auch ganz nett also hier seht ihr jetzt bekomme ich auch noch mal ein bisschen lederverarbeitungswissen und hier gibt es dann teilweise einfach ein paar mats oben drauf und händchen fürs kunsthandwerk also das kann man schon mal mitnehmen und von daher solltet ihr wenn ihr eure berufe so halbwegs mitziehen wollt ich mache sie zumindest jede woche auch wenn ich jetzt nicht der größte berufsexperte bin so dann kommen wir zu den weekly quests den wir hier haben und werden die dungeon quest für ruf ist wieder einmal die hoch jo nice da hat sich mein handy selbstständig gemacht die dungeon quest die ihr abschließen müsst ist diese woche die brutstätte heißt aber in dem fall ihr könnt diesen dungeon nicht auf mythisch oder mythisch plus laufen ihr müsst oder die einzige möglichkeit eigentlich da rein zu kommen ist über den browser leute zu suchen oder ihr cute halt für eine random hc beispielsweise aber der dungeon ist ja nicht im mythisch plus pool mit drin die weekly quest hier ruft der tiefe schließt fünf tiefen in kasal gar ab und dafür bekommt ihr erbeutete tiefen forscher schätze 597 item level das ganze auf dem champion aufwertungs fahrt lässt sich bis 6 16 dann aufwerten also das ist die ganz gut und zusätzlich das ist das neue weekly ereignis wovon ich gesprochen habe bonus ereignis tiefen habt ihr diesen buff hier am start erhaltener fortschritt für die reise des tiefen forschers um 25 prozent erhöht begleiter erfahrung um 25 prozent erhöht und erhaltene untermünzen um 25 prozent erhöht das ist würde ich sagen ganz gut und lohnt sich damit in dieser woche die tiefen abzuschließen ja also alles in allem wenn ihr die dinger er hat hat dann let's go kriegt ihr diese woche mehr fortschritt durch die ganze geschichte dazu hat bran ebenfalls noch eine weekly quest tiefen kasal gar forschung dafür bekommt ihr eine kiste des gipfels da ist diese woche der funke drin also der gesplitterte funke der omen dafür müsst ihr drei tiefen abschließen und passt eigentlich perfekt mit dem weekly event zusammen weil weil dafür fünf ja man muss oder mal was heißt man muss aber man kann ja theoretisch eh welche laufen wenn man eh noch mehr boni mehr fortschritt bekommt und wenn dann zwei weekly quest noch verlangen dass ihr tiefen geht ist das eigentlich eine ganz gute geschichte dazu ähm haben wir dann noch die quests hier in äh aschkahet mit einem paktschmieden das ist zumindest die die ich auch immer noch abschließe wo man sich dann für einen dude hier entscheiden muss für den sammelt man dann äh muss man aufgaben abschließen ruf abschließen und so weiter äh nehmen wir in dem fall wieder den general da bin ich bisher am weitesten so und damit hätten wir das dann auch erledigt jetzt müssen wir dann halt nur noch hier noch den fortschritt sammeln und dann sind wir schon fertig zwei weekly quests die ebenfalls noch ja oder wir haben noch dann die ganzen events eine verbreitung des lichts die erweckung der maschine da haben wir auch eine weekly quest genauso wie das ding hier in tiefsten tiefen wo ihr die ähm wo ihr die wachsklumpen sammeln müsst also das sind noch quests wo ich sagen würde die kann man durchaus abschließen aber hier hängt halt auch davon ab wie viel ruf ihr schon habt oder wie viel ihr noch farben wollt ich bin jetzt noch nicht so fleißig gewesen hab da also noch ein bisschen was vor mir ähm von daher muss ich da theoretisch die events noch ein bisschen kloppen bis ich dann auf der maximalen stufe letzten endes bin aber da werde ich mich jetzt nicht hetzen so viel zu den ganzen weeklies wir gucken noch mal in den kalender rein pvp rauferei süderstade gegen terrens mühle haben wir am start das braufest läuft noch bis sonntag 10 uhr da könnt ihr habe ich ja schon in dem video gezeigt zwei seltene mounts noch ergattern den äh braufest kodo und den braufest widder das ganze ganz einfach indem ihr in den dungeon browser rein cute koren düsterbräu und die dinger können in der fassförmigen schatzkiste sein passt aber da auf es muss diese epic schatzkiste sein und die gibt es meines wissens nach nur auf max level also oder frühestens auf level 70 mit low level twings könnt ihr das dann nicht machen das muss diese epic schatzkiste sein nur da können die seltenen mounts drin sein aber das auch nur mit einer chance von einem prozent dann haben wir noch world boss aktiv kordak der ist ebenfalls vorher noch nicht aktiv gewesen ähm und wir sehen es hier kordak der schlummernde berg als beute schauen wir mal eben rein eine kette brust stoff brust platte platte gürtel stoffgürtel lederbeine platte beine ähm wir haben kette füße leder füße und dazu ein ring mit krit und vielseitigkeit drauf ähm ja das ist der world boss für diese woche und ebenfalls bedenken ähm dass ihr oder dass wir einen neuen monat haben handelsposten hat also auch wieder neue sachen im angebot das sind wir ja auch schon in dem video durchgegangen und ihr könnt halt auch wieder dann den fortschritt hier für euer reisetagebuch sammeln da zählt es zum beispiel auch dazu wenn ihr den world boss abschließt etc also ja darüber oder die dinger solltet ihr wahrscheinlich nicht vernachlässigen wenn ihr die belohnungen haben wollt und am ende des monats gibt es eine qualle als belohnung ähm damit haben wir die sachen durch bis schlotternächte sind dauert es tatsächlich noch ein bisschen also da passiert erstmal noch nichts ähm bleibt zu guter letzt nur noch zu schauen auf die ich nenne es jetzt mal älteren gebiete was haben wir da noch an content und damit meine ich in sandala woldun dünen schlinger kraulock nicht aktiv also kein alpaka molly und auf den verhehrten inseln in dalaran haben wir die archäologie quest ihr gewicht in gold ähm jetzt habe ich mein fenster geschlossen mit meinen notizen sehr stark ähm darüber gibt es ja auch immer verschiedene belohnungen zu ergattern in dem fall bekommt ihr am ende der quest ähm einfach nur ein item welches ihr für fünf tausend gold verticken könnt ein graues item also ist jetzt nichts was wie soll ich sagen sonderlich spektakulär ist also kein pet oder mount oder eine sonstige geile belohnung ähm sondern einfach nur in anführungszeichen 5000 gold ist eine questline die aus drei quests besteht ähm dauert wenn ich mich recht entsinne halbe stunde bisschen länger vielleicht irgendwie sowas in dem dreh also es ist jetzt auch nicht der effizienteste weg sage ich mal um gold zu farmen aber wenn ihr richtig bock auf archäologie habt und sagt ich würde das sowieso machen dann äh go for it dann kriegt ihr immerhin noch 5000 gold mit oben drauf und damit sind wir für diese woche durch ich bedanke mich herzlichst bei euch fürs zusehen hoffe das video hat euch ein bisschen gefallen und damit bis zum nächsten video habt eine gute zeit und rein gehauen bis zum nächsten Video Bis zum nächsten Mal.